Mit der Mannschaft wäre es für den BVB vielleicht in Liga 2 gegangen. Meine Flop 11. Ich habe so ein Video ja auch schon mal über Bayern gemacht und irgendwie sind da so viele ausgerastet. Deswegen der Appell an euch, nehmt diesmal mit Humor. Ich weiß doch, Fußball spielen können die alle. Fangen wir an mit dem Torwart. Peter Endroulat hat in einem Spiel mal zwölf Gegentore gegen Gladbach bekommen. Hinten verteidigen André Bergdöllmo, Robert Kovac, der mit gefühlt 40 noch bei Dortmund gespielt hat, Joho Park und Guy Demel. Das Mittelfeld bilden Flavio Concesao, Adnan Januzay, Emre Mohr und Steven Pina. Als Doppelspitze habe ich mich entschieden für Julian Schieber und Ciro Immobile. Wobei der nach Dortmund ja richtig krass abgegangen ist, muss man fairerweise sagen. Ja, Thomas Meunier hätte ich auch gerne reingewählt, aber ja, der spielt halt noch. Wer darf eurer Meinung nach auf gar keinen Fall in der Flop 11 fehlen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr sportbegeistert seid und nichts mehr verpassen wollt, dann denkt dran, mir zu folgen.